Musik Musik Ich bin in front of Chateau Levelet. Und ich wurde für eine Börns-Night-Celebration. Das ist, um die Leben und die Arbeit von Schottisch-Poet, Robert Burns. So, wir gehen in und sehen, was ist passiert. So, wir gehen in und sehen, was ist passiert. So, wir gehen in und sehen, was ist passiert. So, wir gehen in und sehen, was ist passiert. So, wir gehen in und sehen, was ist passiert. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018